Donau 3 FM, das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio, direkt vom Ulmer Münsterplatz, auf deine Ohren. Tag 2 auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt, ich bin Tabea und habe heute zu Gast Florian Zimmer, den wohl bekanntesten Magier in Ulm und der Region. Hi Florian. Ich bin Florian Zimmer, ich bin auch live auf dem Weihnachtsmarkt, habe sogar einen Stand das erste Mal in der schönsten Stadt der Welt. Und ja, danke, dass ich hier sein darf. Was hast du auf deinem Stand? Viel Magie. Also wir verkaufen einen magischen Glühwein, den Magic Glühwein, den Magic Punch und ich stelle mein Magietheater vor. Also ich werde ja nächstes Jahr im Mai ein Magietheater eröffnen, Neu-Ulm. Und das ist eine schöne Gelegenheit, um das mal zu zeigen, den Ulmern und natürlich auch den Neu-Ulmern und den Touristen. Und das mache ich hier. Ja, jetzt muss ich nochmal zurückkommen auf deinen Stand. Hast du mir was mitgebracht? Einen magischen Punch? Ah nein, da habe ich es nicht dran gedacht, aber ich lade dich ganz herzlich ein. Wir sind direkt neben Steif. Also kommt vorbei, dann gebe ich dir einen Glühwein aus oder einen Magic Punch. Und ich zeige dir sogar mein Magietheater. Also was drin ist, darf ich dir nicht sagen, weil es ist ja geheim wie die Coca-Cola-Rezeptur. Aber ich habe gehört, wenn man genug davon trinkt, dann kann man schweben. Nein. Ja. Oh ja, das muss ich ausprobieren. Lasst uns alle über den Weihnachtsmarkt schweben. Ja. Wie bist du denn draufgekommen auf die Idee, dein Magietheater in Neu-Ulm zu bauen? Also für mich war es gar keine Frage, wo ich das baue. Ich wusste, ich mache das hier in der Region. Ich hätte es auch in Ulm gebaut. Ich erinnere mich auf die Stadt Ulm, hat mal geguckt nach einem passenden Grundstück. Aber ich fand das in Neuem einfach viel besser. Ich habe so ein tolles Grundstück gefunden, direkt an der Europastraße, gegenüber vom Dietrich Kino, bei der Ratio Farm Arena. Super Verkehrsanbindung, direkt neben dem Parkhaus. Das war für mich der ideale Bauplatz. Den habe ich 2015 schon gefunden, nämlich auf der Wiese gestanden. Das ist perfekt und habe dann aber tatsächlich fünf Jahre gebraucht, um diesen Traum umzusetzen. Fünf Jahre. Ja, und bin immer noch dabei. Also mein fünfte Jahr ist noch nicht ganz fromm. Okay. Aber warum Ulm beziehungsweise Neu-Ulm, weil du kommst von hier? Ja, also ich werde öfter gefragt natürlich, warum mache ich sowas nicht in München oder Hamburg? Und da muss ich dir sagen, in Hamburg oder München oder Berlin, also erstmal würde ich wahrscheinlich nicht an so ein Grundstück kommen. Du brauchst auch ein bisschen, ja, eine Lobby und ein bisschen Bekanntheitsgrad, dass man überhaupt mit der Stadt über so ein Thema sprechen kann. Und dann hätte ich ja in Berlin oder auch in einer anderen großen Stadt, hätte ich super viele Shows gegen mich. Also in Berlin sind hunderte von Veranstaltungen jeden Tag und jetzt kommt noch ein Magie-Theater dazu. Ich finde es viel spannender, das zu machen in Neu-Ulm, wo es eben nichts Vergleichbares gibt. Es gibt kein Varieté, es gibt nichts hier im Umkreis. Auf der anderen Seite sind im Süden viele reiche Unternehmen, erfolgreiche Unternehmer, die möglicherweise auch das Magie-Theater nutzen, um ihren Kunden was zu bieten. Weil die haben ja alle Gäste von außerhalb. Was machst du mit denen? Weißt du, oder aus dem Ausland in den Biergarten gehen oder keine Ahnung was. Wissen nicht, wohin mit denen und die kommen dann zu mir ins Magie-Theater. Jetzt mal ganz plump, was habt ihr denn dann zu bieten? Ich kreiere die Show Ulm Glaublich. Das sind Illusionen, die man so noch nicht gesehen hat. Ich erfinde Illusionen, ich bin Content-Creator. Das ist das, was ich sehr gut kann. Also ich habe in der Vergangenheit für andere Shows kreiert und jetzt kreiere ich eben diese Show, die einmalig sein wird. Und ich finde das Schönste, was ich jemals kreiert habe, ich habe da auch die Möglichkeit, mich richtig auszutoben, weil das Konzept von dem Theater ein ganz besonderes ist. Ich stelle dir vor, ein intimes Setting, also wir haben nur 200 Zuschauer. Bei uns ist die letzte Reihe, ist näher dran als beim Fußball die erste. Du bist wirklich live dabei. Aber es gibt eine große Bühne, wo ich wirklich die großen Illusionen zeigen kann. Und eine große Illusion, wenn ich die zum Beispiel für eine Arena-Show oder so baue, dann ist die immer zu klein, weil da 4000 Menschen sitzen. Aber in meinem Magietheater hast du von jedem Platz eine Sicht auf die Bühne, dass du es so miterleben kannst und dass du auch die großen Illusionen fast anfassen kannst. Das ist was ganz Besonderes und einmalig in der Welt. Ja, ich hatte ja jetzt auch die Ehre, auf dem Richtfest schon mit dabei sein zu können. Wahnsinn, warum hallt es denn so? Ich weiß nicht. Ich auch nicht. Vielleicht irgendwas mit der Technik. Gut, also ich war auf dem Richtfest. Es war ja jetzt, sage ich mal, noch nicht viel an Ausstattung da. Es war Rohbau. Aber man hat mir zumindest erzählt, dass die Reihen ja auch so aufgebaut sind, also sehr steil von den Rängen nach oben gehen. Ja, also wir haben ansteigende Sitzreihen, das kennst du vom Kino. Du hast von überall aus die perfekte Sicht. Also vielleicht ein bisschen übertrieben auch, aber ich habe tatsächlich mit einer Sichtachsen-Expertin gearbeitet, die mich da beraten hat. Ich habe irgendwie fünf vor zwölf nochmal den Showroom nochmal 40 Zentimeter runtergesetzt, einfach um genau eben das zu erfüllen. Und ich denke, so ein Magie-Theater baut man nur einmal und ich möchte, dass natürlich jeder Zuschauer, egal was für ein Ticket er hat, erste oder letzte Reihe, dass er diese Show maximal genießen kann. Und jetzt weiß ich, für Illusionen braucht man einen speziellen Bau auch. Hast du da jemanden, der dir sozusagen allein für dich baut? Gut, also wenn es jetzt um die Herstellung der Illusionen geht, das funktioniert so, dass ich alle Funktionsmodelle selber baue. Also ein Funktionsmodell ist erstmal ein Proof of Concept, also ob das überhaupt so funktioniert. Eine Illusion kann ich nicht nur am Papier planen. Also ich muss irgendwann ein Modell bauen, das mache ich selber und dann gucke ich aber, mit welcher Firma oder welchem Handwerksbetrieb kann ich dann das in die Tat umsetzen. Und dadurch, dass ich ja das gesamte Genre der Magie abdecke, habe ich ja kleine bis große Illusionen. Und es kann sein, dass du in der Show was siehst, was ich mit einem Freund in der Garage gebaut habe oder eben was eine Firma, die Prototypen herstellt, mit mir gemeinsam entwickelt hat. Also ich muss immer gucken, was ist der Effekt, den stelle ich mir vor, wie der aussieht in der Zukunft und wie erreiche ich den Effekt. Und das mache ich alles schon in der Vorproduktionsphase, wenn ich das Funktionsmodell baue. Dann weiß ich die Tricktechnik und dann weiß ich in der Regel auch schon ganz genau, diese Firma oder dieser Spezialist, der könnte mir da helfen. Jetzt ist es ganz schwierig, weil es ist jetzt sehr technisch, aber ich nehme an, es ist fast unmöglich, mir jetzt ein Beispiel zu geben, wo du mir ja dann vielleicht auch einen Trick verraten müsstest. Ja, also ich will natürlich keine Effekte spoilern, aber es ist schon so, dass die Zauberei in der heutigen Zeit oft Technologie ist. Also wir machen schon auch Effekte, wo im Hintergrund was passiert, wo du einfach nicht wahrnehmen kannst. Also es ist viel Technologie, aber manchmal sind die stärksten Illusionen die, wo gar keine Technik dabei ist oder gar keine sichtbare Technik. Wo es einfach nur um Gedankenlesen geht oder um Fingerfertigkeit, wo der Trick erzeugt wird. Hast du da irgendwas dabei, theoretisch? Ja klar, wir haben so kalte Hände hier auf dem Weihnachtsmarkt. Vielleicht zeige ich dir noch was nachher. Du liest meine Gedanken. Ja, ja genau. Bin ich ja mal gespannt, ob du in diesen Hörer-Kopf reinkommst. Wie jetzt? Das war reichend. Nehmt die Verrückte. Ist schon fertig. Okay, also du musst auf jeden Fall mal in meine Show kommen. Es ist natürlich keine echte Magie und ich will gar nicht wissen, was du gerade denkst. Aber in meiner Show ist es so, dass wenn du zu mir an den Stand kommst, dann zeige ich dir tatsächlich auch einen Gedankenleseeffekt, was eingebettet ist in den Zaubertrick und so unmöglich, wie man es eben auf der Bühne darstellen kann. Und wir können das jetzt nicht hier machen, weil wir haben ja hier jetzt auch ein paar Leute draußen stehen. Achso, ja, die winken ja auch schon. Ja, die sollen sich alle ein Ticket kaufen. Machen wir übrigens. Also am Stand 76, das erste Mal jetzt, dass es Gutscheine gibt für mein Magie-Theater. Aber steht dann schon die Eröffnung jetzt? Ja, geplante Eröffnung ist am 27. Mai. Ich denke, dass das sehr realistisch ist. Also egal, was auch mit Covid passiert, weil im Sommer, denke ich, wird es funktionieren. Wir werden auf jeden Fall den gesamten Sommer durchspielen. Normalerweise schließen Theater über den Sommer. Es gibt eine klassische Sommerpause. Werde ich vielleicht auch irgendwann mal machen, wenn die Welt wieder normaler ist, als sie jetzt ist. Momentan würde ich einfach drauf losspielen, mache den ganzen Sommer durch. Bin Gott froh, dass ich eine Klimaanlage eingebaut habe. Und deswegen kannst du auch nächstes Jahr schon sehr viele Shows sogar im Sommer gucken. Ja, wie schön, da freue ich mich drauf. Aber ich würde jetzt gerne nochmal einen Zeitsprung zurück mit dir machen auf die Anfänge. Ich habe auf deiner Website gelesen, dass es in der Schule begonnen hat mit einem Schlüsselmoment. Wo bist du denn auf die Schule gegangen? Also, ja, ich war auf der Realschule in Wieblingen. Da weiß ich, dass ich sehr viel geübt habe unter dem Tisch. Ich habe auch dann später als junger Mensch die Zauber-AG geleitet und bin immer aufgetreten auf den Schulveranstaltungen. Aber der Impuls war eigentlich viel früher. Als ich so zehn Jahre alt war, da habe ich einen Magier gesehen. Der ist aufgetreten bei meiner Mama auf dem Geburtstag. Und das hat mich so fasziniert. Da habe ich da gesessen mit offenem Mund. Sag ich, das will ich auch machen. Wie dieser Typ da die Flaschen herzaubern und die Tücher verschwinden lassen. Das hat mich fasziniert. Und heute ist meine Magie eine ganz andere. Aber der Impuls war das damals. Und ich habe es jedem erzählt. Ich will Magier werden. Und das wird mein Beruf. Und heute ist es mein Beruf tatsächlich. Ja, aber wie kommt man denn da hin? Also, ich kann mir das so schwer vorstellen. Also, du hast dann diesen Zauberer gesehen und hast dann so ein bisschen selber geübt. Aber wie wird man Magier? Für mich war es sehr schwierig. Also, ich musste mir das wie ein Puzzle-Verfahren alles so mit kleinen Baby-Steps zusammenbauen. Weil ich mir genau diese gleiche Frage natürlich gestellt habe, wie ich das mache. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Meine Eltern sind keine Künstler. Ich komme aus einer Familie. Mein Papa versicherungs-Kaufmann. Meine Mama hat in der Praxis gearbeitet. Und das hat sich aber irgendwie so als mein Hobby entwickelt. Ich erinnere mich, dass ich auch mit dem Magier, der da aufgetreten ist, gesprochen habe und so. Und dann gab es mal einen Zauberladen in Ulm. Und irgendwann habe ich in der Stadtbücherei, in der alten Stadtbücherei, ein Zauberbuch gefunden. Das war ja lang vor dem Internet. Und das habe ich ausgeliehen und studiert. Und irgendwann natürlich andere Magier im Fernsehen gesehen und habe den so nachgeeifert. Und habe einfach sehr viel ausprobiert, mir eigene Tricks ausgedacht und das über Jahre eben als Hobby betrieben. Und dann bin ich ja ein gelernter Bankkaufmann. Ich habe dann irgendwann, weil ich sehr gut war in der Zauberei, habe dann Wettbewerbe besucht und habe die gewonnen. Und dann habe ich 2005, als ich eigentlich noch festangestellt war in der Bank, habe ich dann die deutschen Meisterschaften gewonnen und die Europameisterschaft hinterher. Das ist alles mit Learning by Du. Genau, also autodidaktisch und war so erfolgreich, dass ich dann irgendwann gedacht habe, vielleicht könnte ich das ja beruflich machen. Und die Magier sind super gut organisiert. Also wenn du erfolgreich bist in der Zauberei, in der Branche, dann hast du auch gleich Auftritte im Ausland. Weil es Booker gibt in Deutschland, die dich sehen, wenn du auf einem Wettbewerb auftrittst. Es gibt auch wirklich Agenten, die sich diese Wettbewerbe angucken und schauen mal, wer könnte denn der Magier sein, der bei uns vielleicht in Varieté auftritt oder in einer Fernsehsendung im Ausland. Und so ist unheimlich viel entstanden. Das ist auch mein Tipp für junge Magier, die es vielleicht hören. Du musst einfach so oft auftreten, wie es geht und auch nicht immer nur an die Gage denken. Also inzwischen, ich habe eine sehr hohe Gage, wenn man mich bucht. Früher, ich bin einfach nur so aufgetreten. Mich hat das nicht interessiert. Ich bin in ein Altersheim aufgetreten. Ich hatte plötzlich als junger Mensch, als 12-, 13-Jähriger, hatte ich fünf Shows am Wochenende, weil ich irgendwie 50 Mark genommen habe für eine Show. Und das war halt eine gute Lehrzeit für mich, diese ganzen Fehler zu machen vor einem echten Publikum. Weil jede Show vor Publikum ist mehr wert, als hundertmal in deinem Proberaum irgendwas auszuprobieren. Ja, weil du auch die Reaktionen hast. Genau, weil du die Reaktionen hast und weil es halt echt ist. Du kannst nicht einfach die Musik stoppen und es nochmal machen. Und was ja die Zauberei unterscheidet vom Theater zum Beispiel ist, dass es eben das Trickgeheimnis gibt. Und das macht es so besonders, dass die Menschen rätseln. Wie macht er das? Das ist unglaublich, das ist unmöglich. Aber du musst halt als Magier diese Hürde auch jedes Mal nehmen. Weißt du, wie ein Comedian, der lustig sein muss, muss bei dem Magier ja auch der Effekt funktionieren. Und das ist nicht so einfach, weil da kommen so viele Dinge zusammen und die Menschen sind ja nicht blöd. Die haben ja auch Google und so und wissen vielleicht auch, die vielleicht mehr, als sich manche Magier vorstellen können. Und deswegen müssen die Illusionen eben richtig, richtig gut sein. Und wenn du das schaffst und dann die Menschen dafür begeisterst, dass sie vielleicht auch für einen kurzen Moment vergessen, dass es ein Zaubertrick ist und es wirklich wie echte Magie erscheint, dann habe ich eben eigentlich das erreicht, was ich mir vorstelle. Jetzt hast du zwei Sachen erwähnt. Einmal Ausland und einmal Trickgeheimnis. Ja. Ich fange beim Ausland an. Also du hast dann, sage ich mal, im Altenheim aufgetreten und hast dann irgendwann deine Europameisterschaften gewonnen. Wie ging es dann weiter? Ja, also ich will dich angeben, ich habe ziemlich viele Meisterschaften gewonnen. Ja, aber das kannst du ja mal auf meiner Webseite, da habe ich es wahrscheinlich gepostet, nachlesen. Ja, wie ging es weiter? Also ich habe dann meinen Job in der Bank an den Nagel gehängt. Ich erinnere mich, ich habe damals meinem Papa an der Excel-Tabelle durchgerechnet, ob ich von der Zauberei leben könnte. Da sagte ich, ja, also davon könntest du auch leben. Und da habe ich das gemacht. Ich habe dann einfach mit meiner Berufung gefolgt und habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens. Kann ich auch jedem nur empfehlen, der das jetzt hört. Vielleicht inspiriert dich meine Geschichte auch dazu, dass du sagst, weißt du was, ich mache doch die Musikkarriere oder ich mache doch die Schauspielerei oder irgendetwas, was von außen so unsicher erscheint. Aber dann hast du ein Leben, wo du liebst, weil du ja deinen Beruf jeden Tag machen kannst, was eigentlich dein Hobby ist. Und dafür bin ich super dankbar. Ich stehe jeden Morgen auf, bin glücklich, dass ich an meinem Magie-Theater arbeiten kann. Ich hätte mir das nie vorstellen können als Kind, dass ich mal ein eigenes Theater für die Zauberkunst baue. Und das ist jetzt soweit und ich bin sehr glücklich drüber und ich kann es nur jedem empfehlen, dass du deinem Traum folgst und dass du das machst, wo dein Herz verschlägt. Du warst in Vegas. Ja, öfters. Ich liebe die Stadt. Warst du dauerhaft? Zweitbeste Stadt der Welt, nach Neu-Ulm. Warst du länger da oder ist es immer wieder so tripmäßig gewesen? Ja, also ich war so einmal im Jahr auf jeden Fall in Vegas. Ich habe eine Zeit lang in Los Angeles gewohnt, in Studio City für ein Jahr. Ich habe eine sehr bekannte Künstlerin beraten, habe Illusionen für ihre Show kreiert. Und ja, Los Angeles ist ja sowas wie das Magic Mecca. Ich bin im Magic Castle aufgetreten. Das ist der exklusivste Club in Amerika, Zauberclub würde ich sagen. Und ja, ich habe eine super Verbindung eben nach Amerika. Auch damals durch meine Einladung von Siegfried und Roy. Ich durfte 2007 das erste Mal in den USA auftreten. Und ich habe mir das nicht vorstellen können, mal nach Amerika zu fliegen. Also als ich die Magier gesehen habe im Fernsehen als Kind, von Magic Las Vegas hieß die Sendung, da war das so weit weg für mich. Das waren wie Außerirdische, die da irgendwo auf der Bühne stehen in einem anderen Land. Und dann kam eben 2007 eine Einladung von Siegfried und Roy, ob ich nicht nach Las Vegas kommen würde, um einem Wettbewerb in Las Vegas aufzutreten mit dem besten Magier der Welt. Ja, und das habe ich ja gesagt, habe das gemacht, hatte eine Standing Ovation und habe dann letztendlich ein Audience Vote. Also da sitzt ein Fachpublikum, 1500, 2000 Magier oder so aus der ganzen Welt, die dann abstimmen, wer eben diesen Award bekommt. Und der wird überreicht von Siegfried und Roy. Und so bin ich eben der einzige Deutsche gewesen. Wahnsinn. Und da bin ich immer noch, der eben diese Auszeichnung, den Golden Lion Award bekommen hat. Und dadurch, dass Siegfried und Roy selber auch Deutsche sind, ist so eine Freundschaft entstanden. Ja, ich wollte gerade fragen, also A, wie sind die denn überhaupt auf dich gekommen? Weißt du das? Ja, also das kam daher, ich war in einer Fernsehsendung in Frankreich, die größte Varieté-Show der Welt, Le Plus Grand Cabaret du Monde. Das ist so vergleichbar mit, ja, vielleicht wetten das in Deutschland. Also Patrick Sebastian, der das moderiert, das ist wir, Thomas Gottschalk in Frankreich. Und da bin ich aufgetreten. Und der Auftritt war aber schon was Besonderes, weil normalerweise kriegst du als Magier so im Fernsehen drei bis vier Minuten. Und ich weiß es noch ganz genau, da habe ich meine Show geprobt, habe den Aufbau gemacht und Patrick Sebastian sitzt halt in der ersten Reihe und schaut meinen Graffiti-Act an, der wirklich außergewöhnliche Illusionen hat. Da erscheinen Spraydosen in der Luft, zum Schluss erscheint ein echtes BMX-Rad und ich fahre mit dem BMX-Rad von der Bühne. Ich hatte eine Version vorbereitet, die, glaube ich, dreieinhalb, vier Minuten sowas ging. Und dann fragte er mich, ob ich nicht auch den ganzen Act machen könnte und wie lang der geht. Er hat gesagt, ja, der geht acht Minuten und das ist so ungewöhnlich fürs Fernsehen. Und dann hat er gesagt, dann mach doch acht Minuten. Ja, geil. Und dann hast du acht Minuten. Genau, dann habe ich acht Minuten gemacht und dieser Act wurde dann auch öfters in die Top Ten der besten Acts gewotet. Und ich habe es mal mitgekriegt, weil diese Fernsehsendung mir immer einen Scheck geschickt hat, wenn es wieder ausgestrahlt wurde, eine Silvester-Sendung oder so. Also war mega exciting. Aber damals eben, als die Premiere war von der Show, das haben dann, ich denke, Agenten von Siegfried und Roy gesehen. Und ich hatte ja auch die Wettbewerbe gewonnen vorher, also mir auch ein bisschen einen Namen gemacht, zumindest in Deutschland, in der Zauberbranche, die auch ein bisschen überschaubar ist. Und dann kam diese Einladung und dann bin ich da nach Amerika geflogen, aufgetreten, hatte eine Standing Ovation, habe den Wettbewerb gewonnen und dann auch Siegfried und Roy kennengelernt. Und dann seid ihr miteinander auch in Kontakt geblieben. Ja, also ich erinnere mich noch, Siegfried hat gesagt, er ist so stolz, dass endlich mal ein Landsmann diesen Award bekommt, weil sie ja den überreichen, aber eben das Publikum, das Fachpublikum abstimmt. Und so sind wir in Kontakt geblieben, Siegfried und Roy, habe ich immer informiert, auch die wussten vom Magie-Theater Bescheid. Wir haben uns regelmäßig getroffen und sind natürlich meine Vorbilder. Und wenn die was erzählt haben, dann habe ich ganz genau zugehört, weil ich von denen halt echt viel lernen konnte. Und umso trauriger ist es, dass sie nicht dabei sein können jetzt, wenn das Magie-Theater dann nächstes Jahr eröffnet, weil sie mich ganz sicher auch besucht hätten zur Premiere. Ja, das ist schade. Ja. Aber so ist es. Ja, also es ist mega schade, was ich noch sagen kann zu dem Thema Siegfried und Roy. Also es wird einen Kinofilm geben. Und dieser Kinofilm wird produziert von der UFA, von Nico Hoffmann, von dem bekannten Regisseur. Und Siegfried und Roy hatten mich, also vor ihrem Tod eben gefragt, ob ich die Beratung machen würde für den Kinofilm. Und Siegfried hat noch vor seinem Tod eben das Skript dafür freigegeben. Und ich stehe in ganz engen Kontakt mit der UFA und Nico Hoffmann, weil ich eben jetzt diesen Film beraten darf. Und ich wünsche mir, dass da eben eine ganz tolle Erinnerung und Andenken für Siegfried und Roy draußen steht. Ja, damit auch so ein kleines Stückchen weiter, ne? Siegfried und Roy waren zu Lebzeiten schon Legenden. Und sie sind es natürlich auch jetzt noch, wenn sie gestorben sind. Was Siegfried und Roy erreicht haben, ist unglaublich. Also es sind zwei Typen aus Deutschland, die nach Amerika gereist sind und erst Las Vegas zu dem gemacht haben, was es heute ist. In Las Vegas sind, glaube ich, 25 Zaubershows. Aber die erste Zaubershow, die als Main Act wirklich erfolgreich war, das waren Siegfried und Roy. Davor war ein Magier, war ein Opening Act. Siegfried und Roy auch am Anfang. Bis dann eben diese große Show kam und natürlich das Besondere mit den Tigern. Und ja, deswegen bin ich traurig darüber natürlich, dass ich diese Show nie sehen werde live. Ich habe es selber auch nur auf Video gesehen, weil der Unfall von Roy war 2003. Ich selber bin 2007 das erste Mal nach Amerika gereist. Aber ich kenne es natürlich vom Video und die beiden, dass ich sie persönlich kennenlernen durfte, war ein super Geschenk in meinem Leben. Jetzt so als kleine Frage, bei den beiden, haben die eigentlich noch Deutsch richtig gesprochen? Ja, die haben das geliebt, Deutsch zu sprechen. Also ich hatte immer das Gefühl, wenn irgendjemand aus Deutschland da war, dass endlich können sie mal Deutsch sprechen. Und Siegfried und Roy haben ja auch immer in ihrer Show gefragt, Where are the Germans, wo sind die Gäste aus Deutschland, die dann extra begrüßt wurden. Und du hast auch immer, so habe ich gehört, eine besondere Eintrittskarte kriegen können. Oder wenn die Show ausverkauft war, wenn du am Ticketbooth gesagt hast, ich bin aus Deutschland. Also das kann ich nur vom Hören sagen. Aber Siegfried und Roy waren sehr heimatverbunden. Und es gab jetzt auch gerade diese Siegfried und Roy Ausstellung in Rosenheim, der Heimatort von Siegfried. Und ja, den hat er auch oft besucht, den Ort. Da habt ihr ja eine Gemeinsamkeit. Du bist auch in die große, weite Welt und jetzt zurück in die Heimat zum Magietheater bauen. Ja, wobei ich mich nicht mit Siegfried und Roy vergleiche. Weil was die beiden gemacht haben, das ist wirklich out of this world, okay? Und meine Zauberei ist auch ein bisschen anders. Aber ja, ich bin ein bisschen rumgekommen und so. Und ich glaube, dass hier was richtig, richtig Geiles entstehen kann. Du warst ja beim Richtfest schon dabei, was für ein Vibe da ist. Dieses Magietheater ist genauso, wie ich es geträumt habe, genauso baue ich es. Und das würde nur in Ulm funktionieren. Und vielleicht bin ich auch deswegen so heimatverbunden, weil hier einfach so viel Zuspruch da ist. Okay. Jetzt nochmal zu Punkt 2, der mir vorhin, dein Trickgeheimnis. Ja. Gibt es auch das Trickgeheimnis unter euch Magiern? Oder hilft man sich da teilweise auch aus? Ja, also sowohl als auch. Es kommt immer drauf an. Die Magier sind untereinander, sind auch manchmal voll die Geheimniskrämer. Und es liegt daran, da wir ja manchmal Illusionen kreieren und die exklusiv vorführen wollen. Also wenn ich ein neues Trickprinzip erfinde, dann binde ich es natürlich nicht jedem Magier auf die Nase, weil ich will ja eben diese Illusionen exklusiv zeigen. Das ist auch das Besondere meiner Show, dass ich Illusionen zeige, die es nur hier in Nollen bei Ulm glaublich gibt. Und in keiner anderen Show. Und deswegen würde ich das auch nicht anderen Magiern spoilern. Und es ist so, wenn du eine Illusion kreieren kannst, die sogar Magier täuscht, dann ist das was ganz Besonderes. Und das ist auch das, wie sich es für einen Magier, der deine Show sieht, wieder so anfühlt, wie als ob er das erste Mal Zauberei sehen würde. Und ich selber werde auch ab und zu getäuscht. Also wenn ich in der Show sitze, von einem anderen Magier gibt es auch. Also da sitze ich drin und ich so, ach du Scheiße, Gott, wie hat das jetzt gemacht? Und da muss ich da echt manchmal länger drüber nachdenken. Und dann hat man schon seine Lösungsansätze. Aber es passiert auch, dass du perplex bist und überhaupt gar keine Ahnung hast. Und dann stellt sich eben dieses Gefühl ein, dieses schöne Gefühl, wie wenn du das erste Mal Schnee siehst. Das ist ein schönes Gefühl. Und das soll ja die Woche auch soweit sein, dass wir die Woche noch Schnee bekommen. Ja, wirklich? Ich glaube schon. Also mein iPhone hat mir zumindest gesagt, Freitag 80-prozentige Wahrscheinlichkeit. Und die nächsten kommenden Tage dann auch. Okay, das ist dann mal eine Prognose. Also da freuen wir uns alle sehr drauf. Ich als Wetterfee. Ja. Du machst das Wetter? Ich mache das Wetter. Okay, siehst du, kommt alles vom iPhone. Da wisst du jetzt, wie es läuft. Ja gut, mein Wetter im Radio kommt nicht vom iPhone. Aber auf jeden Fall, ich hoffe zumindest drauf. Es ist ja auch nie eine 100-Prozent-Prognose. Aber ich hoffe drauf, dass der Schnee kommt. Und dann können wir vielleicht im Schnee zusammen einen Glühpunsch, einen magischen Punsch trinken. Au ja, das machen wir. Oder wir machen Schneeengel an Stand 76. Ah, das hört sich toll an. Da komme ich auf jeden Fall vorbei. Und dann schweben wir gemeinsam über dem Weihnachtsmarkt davon. Ich danke dir vielmals, Florian, für das tolle Gespräch. Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren. Jeden Tag eine neue Folge. Klingt mit Glühwein sogar noch besser. Das Donau 3 FM.